Wer rein macht, kann auch so einmal, muss uns nur ein bisschen nachvollziehen. Irgendwann ist der Einheit, dass wir uns sagen, dass wir uns die Kräfte des Westen. Wir laden euch ein, heute mit der Kraft, der Geduld und dem Gottvertrauen, unsere Begleiter zu sein. Wir laden euch ein, heute mit der Kraft, der Geduld und dem Gottvertrauen, unsere Begleiter zu sein. Vielen Dank.